Das sind nicht im Team, ne? Du hast vergessen, das Team auszuwählen, mein Lieber. Du machst da scharf scheiß drauf. Oh, ich schreibe jetzt, oh, Disconnect. In den Chat, an was auch ab. Hallo Leute und herzlich willkommen zu... Nein, du müsstest nur ein Best-of-Gauss machen, bitte. Oh Mann. Oh Mann, es tut mir so leid für die Leute, aber immerhin spielen die dann 1 vs. 1 halt, ne? Ja. Und nun zum dritten Mal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars Duels. Wir haben es endlich geschafft, ins Team zu kommen. Das ist natürlich schon eine Disziplin, die man erstmal meistern muss. Und ja, der Bergwerk Lab Server hat aktuell gerade wieder geöffnet. Eine sehr, sehr lange Testphase aktuell. Ich weiß nicht, wie lange die noch gehen wird. Wenn ihr das Video seht, ist die vielleicht schon wieder vorbei. Ich weiß es leider nicht. Kann schon sein. Ich weiß auch nicht, warum ich mich hier schon hochbaue. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hatte ich gedacht, das wäre die Mitte oder so. Ein bisschen dumm im Kopf. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt mal echt was sagen. Und zwar ein fettes Kompliment an die Leute, die den Modi hier gemacht haben. Mit dem Einkaufssystem und allem drum und dran. Es ist der erste Server, auf dem ich Bad Wars spiele. Neben dem Gomme-Server. Oder ja, eigentlich der einzige überhaupt. Der eben diesem Gomme-Server das Wasser reichen kann. Weil ich spiele hier mega gerne drauf. Das ist bei anderen Servern nicht so. Ich mag zum Beispiel die Maps auch ziemlich gerne. Die haben irgendwie so ein bisschen Gomme-Charakter. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich finde zum Beispiel auf dem Anerse-Dom-Server, wo es zum Beispiel ja auch ganz cool ist. Aber irgendwie ist es da nicht dasselbe Feeling. Warum ist Blondie schon hier? Ich weiß es nicht. Unser Bett ist gleich weg. Unser Bett ist gleich weg. Nein, ich habe es grob zugebaut also. Okay, okay. Blondie kommt. Lürft jetzt nicht so der Fall sein. Es kommen beide. Blondie ist unten. Blondie ist unten. Der andere hat nichts. Ja, ich bin auch unten. Er ist noch da, glaube ich. Er hat das Bett da. Er hat das Bett fast weg. Er hat das Bett fast weg. Er hat das Bett fast weg. Das Bett ist oben. Das Bett ist oben. Achso, okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Gut. Eigentlich kennen sie sich aus. Er hat unsere Bronze gesnackt. Töte ihn. Nein. Töte ihn. Oh, ich bin runter. Ich bin runter. Scheiße. Er lebt immer noch. Läuft er weg? Okay, er ist unten. Nein, er lebt immer noch. Alter, was ist denn los mit dieser Maschine hier? Jetzt Fall. So. Holy shit. Wo gibt's überhaupt Eisen? Ach ja, auf der Eisen-Version. Du hast gar nicht gesagt, wer ich bin. Ach so, ja. Die kennen mich nicht, weil ich hab einen anderen Skin. Ich spiel mit Tabor und der seinen alten Skin wieder hat. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, ob der schöner ist. Was soll denn das jetzt hier grad mit dem Eisen? Okay, du mal. Oh, Blondie kommt. Alter, was ist denn mit Blondie los? Olle Kamikaze-Maschine hier. Ich seh nur, wie sie hier wild umherfuchtelt. Wie so ein richtig krankes Biest einfach. Ich mein, das passt zu Blondie irgendwo, aber... Gut. So, ich hab sechs Gold für uns. Ich glaube, wenn wir gegen Blondie spielen, Blondie ist echt nicht schlecht geworden. Muss man sagen. Die hat, glaube ich, in der Zeit, wo ich keinen Badwurst gespielt hab, schon Badwurst gespielt und jetzt ist sie schon für ihre Verhältnisse ganz ordentlich dabei. Was jetzt nicht viel bedeutet, aber... Hey. Und der hat mich unten... Ich glaub's kaum. Echt? Ich hab aber Bogen. Okay. Okay, okay. Darf man eigentlich während deiner Aufnahme Chips essen? Nein, eigentlich nicht so geil. Okay, schade. Ist verboten. Okay. Ich hab ihn doch getroffen. Ich hab ihn doch getroffen. Er ist fast down. Halt mal jetzt bitte einfach nur Wache. Lauf nicht hin, halt nur Wache kurz. Nein, ich will den... Ich will mich aber ausrüsten können. In Sicherheit. Ich hab gar kein Eisen. Okay. Hat sich erledigt. Nein, der hat da so eine Mauer gebaut. Oh nein. Der Typ ist nicht dumm. Ja, Blondie kommt gerade. Aber ich hab Blondie jetzt dreimal getroffen. Die kann auch nicht mehr so viel haben, aber ich hab auch nur noch vier Pfeile. Ist blöd. Vier Pfeile hab ich nur noch. Rüste dich aus. Hol dir irgendwas. Noch Backstick. Irgendwas. Okay. Vielleicht kann ich ihn da durchtreffen. Okay, ich sollte meine Pfeile da nicht verschwenden. Drei Pfeile hab ich noch. Drei. Drei Pfeile. Kannst du mir auch eine Spitzhacke oder einen Knockbackstick machen? Ich brauch irgendwas. Ja, ja. Mach ich dir. Wenn du da vielleicht mal weggehen würdest von dem Bromse. Einer kommt. Ah, okay. Nein, hab ich ihn nicht. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Ja, ja, ja. Geh, geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Er ist unten. Er ist unten. Blondie ist da. Blondie, Blondie, Blondie. Ist unten. Okay, geil. Geil, der Bogen ist nicht weg. Perfekt. Oh. Oh. Und unten unten am besten das Eisen wegen Pfeile. Ja. Ich bin einfach mal ganz cool daran vorbeigelaufen. Ganz nice. Gut. Ich habe drei Smaragde übrigens mittlerweile. Das heißt, wir könnten auch den Ding-Style mal benutzen. Wäre eine Option. Als allerwichtiges ist aber erstmal, was zu essen zu holen, weil ich kann schon nicht mehr sprinten gerade. So, okay. Gut. Komm schon. Wie sieht es bei dir so aus? Wo bist du in der Mitte? Ich habe zwölf Gold. Ich komme am besten wieder zurück. Ja, ich habe auch noch drei. Pfeile brauche ich. Bapp, 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 bapp. Machen wir mal so. Komm in die? Nee, alles gut. So, 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 so. Gut, 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 gut. Okay. Okay, alles klar. Erstmal safe. So, wie viel kannst du mir... Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Sie kommen. Okay, schaffst du? Ja, ich habe eigentlich genug Pfeile. Ich habe erstmal das Ganze alles safe. Okay. Ja, okay. Nein. Mach dir auf jeden Fall eine Rüstung, ne? Okay, ja. Rüstung und Eisenschwert wäre ganz nice. Pass auf, die sind dahinter, ne? Ja, ich jetzt auch. Ja, okay, hast du? Ja, nicht so. Okay, nice. Der andere kommt auch schon wieder. Ja, da ist er in der Mitte und... Der ist in der Mitte auf dem Dach, genau. Ja. Ähm, wo hast du das Gold hingelegt? So, in irgendein andere hinten? In der Kiste, in der Kiste. Okay, ganz nice. Dann mache ich mir mal ein Eisenschwert. Ja. So, das restliche Gold lege ich wieder zurück. Ja. So. Die kommen wieder. Ich gewache erstmal kurz so ein bisschen alles. Okay. Wir könnten jetzt natürlich auch den Dings nehmen. Den, äh, hinten lang bauen. Könnten wir natürlich. Ich habe jetzt auch zwei Smaragde. Aber du musst mir dann echt super schnell Bescheid sagen. Wenn sie kommen sollten. Ja. Aber dann würde ich mich auch zuerst ein bisschen ausrüsten. Ne, ich baue mich einfach schon mal hin, den Weg. Und du hältst da einfach nach, okay? Okay, aber sag sofort Bescheid. Ah. Keine Säule, das mache ich. Okay, der hat sich hier einen kleinen Bunker gebaut. Okay. Ich weiß auch nicht, ob die mich sehen von da. Kann gut sein. Okay, beide sind in der Mitte. Also niemand ist bei denen in der Base. Okay, okay. Aber die werden das halt hören und ich muss mich dann erst noch hinbauen. Okay, beide sind jetzt auf unserer Brücke, an dem Bunker, wo die sich gebaut haben. Okay, das wird echt riskant, ne? Wenn ich jetzt nicht da bin. Ja, okay, Blondi kommt. Ne, doch, Blondi kommt, Blondi kommt. Okay, ich komme zurück. Blondi habe ich, glaube ich, unten. Ja. Einer kommt, einer kommt. Okay, okay, okay. Blondi ist aber weg. Aber es ist keiner hier gerade? Nein. Keiner ist hier. Der ist da wieder an der gleichen Stelle. Haben wir irgendwie Eisen noch? Um eine Truhe zu machen? Weiß ich nicht. Ja, einmal Eisen haben wir zumindest. Dann mache ich das zumindest so, dann ist das schon mal etwas sicherer. Ja. Mit der Truhe hier vor. So. Gibt es eigentlich Endertruhen? Ich glaube schon, ne? Aber die sind teurer. Weiß ich gar nicht. Oder? Ne, das war auf dem Ander-The-Dom-Server, wo das so war. Weiß ich nicht, wie das hier ist. Will ich den da durchtreffen? Ja. Nice. Okay. Habe ihn einmal getroffen durch die Steine hindurch. Habe zwei Smaragde noch zusätzlich bekommen. Habe jetzt fünf. Dann hole ich mir dieses Abbaudingens, ne? Dass die viel, viel langsamer abbauen können. Wäre, glaube ich, nice. So, dann packe ich den hier rein. Dass die da so leicht nicht rankommen. Und dann wäre eine Truhe noch ganz geil. Beide sind, glaube ich, wieder da. Beide sind wieder da, ja. Ablaundi macht natürlich... Ablaundi runter. Okay. Ganz nice. So, aber das ist doch schon mal eine sehr... Ich finde, das ist ein gutes Team da gegenüber auch. Die halten uns hier echt in unserer Base. Ich gehe wieder rüber, ne? Ja, ja, ja. Sag auf jeden Fall sofort wieder Bescheid. Machen wir auf jeden Fall erstmal Knockback-Stick. Okay. Im Moment ist ja nur einer da, ne? Okay, die kommen, die kommen, die kommen. Okay. Bis wir die Truhen abgebaut haben, zusammen mit dem Abbauding, sollte das eigentlich dauern. Einfach immer raufgehen. Ich bin gleich wieder da. Na, komm. Okay. Okay, ich schlag dich, ich schlag dich, ich schlag dich. Okay, okay, ich bin auch wieder da. So, hab ihn. Ne, noch nicht. Alter, der gibt mir ordentlich gerade. Lass dich nur nicht runterbocken. Ich bin tot. Echt jetzt? Wie das? Und der hält noch so viel aus, einfach. Er baut sich hoch. Okay, okay, aber von oben kommt man nicht hoch. Von oben kommt man nicht hoch, oder? Ne, 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 ne. Okay. Blondi kommt jetzt natürlich auch. Ja, okay, hier ist eine Spitzhacke für dich. Okay. Zumindest etwas. Kommt, ich versuch mal. Der Blondi baut sich auch nach oben. Okay, passt du hier hinten auf, passt du hier hinten auf. Ich hau Blondi runter. Okay. Okay, ich hab Blondi runter, denke ich, ja. Blondi's down. Ich bin oben, ich bin auf dem Dach, ich bin auf dem Dach. Okay, okay. Da ist er, da ist er. Ja, ja. Der hat den Teleporterweg gesehen, oder ist durchgegangen, ich weiß es nicht. Da war auf jeden Fall da hinten. Er ist noch hier, er ist noch hier. Okay. Du musst aber doch mal... Ne, ne, der ist ja die ganze Zeit schon hier. Okay. Der Teleporterweg existiert noch nicht, und wenn, dann würden wir es eh noch hören. Aber der wird jetzt wieder ordentlich gerackt haben. Er versucht sich einzubauen. Er baut sich ein, ja. Ja, okay, komm, jetzt kriegen wir ihn hier runtergekickt. Komm, 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 komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Nein, nein, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich glaub runter, ich glaub er ist runter. Ja, 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 ist down. Gut, gut, gut. Getötet von Lost Raider. Ich weiß nicht, wer Lost Raider ist, aber er hat uns geholfen in dieser Situation. Du hast auch einen weiblichen Skin. Ja, so. Erstmal hier zu bauen. Blondi kommt schon wieder. Alter, die setzen uns so unter Druck, ne? GG schon mal an euch. Falls ihr das hier sehen solltet. Ja, das bringt einen ganz schönen Schwitzen, natürlich. Ja, wir brauchen Eisen, Alter. Wir brauchen dringend Eisen. Ich geh hin, Blondi kommt. Pass auf. Ja. Blondi baut sich hoch. Die baut sich nach oben. Ja. Ich bleib mal in der Base. So, Blondi ist down. Ja. Also runter, die ist noch da. Ja, alles gut. Ist egal, komm, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay, ist down, perfekt. Ist down. So, jetzt, ich hol Eisen, ich hol Eisen, ich hol Eisen. Wee. Wir haben noch 10 Gold auf jeden Fall. Ja, okay, ganz nice. So, hier ist aber nicht so viel gewesen, nur 3, aber immerhin können wir uns immer schon Schwert und Rüstung machen, können wir uns zumindest wieder verteidigen. So. Das ist so, vielleicht mal kurz in die Mitte zu gelangen. Ah, ne, da sind die schon wieder. Okay, ich mach mal 3 Schwerter, ne, und leg die hinten in die Truhe. Ja. Okay, die kommen auf jeden Fall wieder. Okay. Ich konnte noch 2 Eisen abstauben. Okay, sehr gut, dann mach vielleicht 2 Rüstung oder so. Schwerter sind in den Dings. Oh Gott, ich bin runter, ich bin runter, er kommt, ey, pass auf. Ja, ja, ich seh kurz das Eisen. Gut, haps, 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 haps. Okay, okay. Da ist er. Ja, komm, 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 hier wieder runter, hier wieder runter, hier wieder runter, hier wieder runter. Er kriegt keinen Knockback, er hängt, er backt fest irgendwie. Ja. Siehst du das? Der Knockback-Stick auch noch. Ja, aber mehr nicht erst runter. Der ist unten. Ich brauch mal irgendwie eine Kiste, wo Knockback-Sticks drin sind, ich glaube. Ja, ich glaube, das könnten wir ganz gut gebrauchen. Mann, Alter, wir könnten jetzt darüber so gut weggehen. Ich hab noch 3 Smaragde. Ich hab hier in die Kiste einfach mal 3 Knockback-Sticks gemacht. Ich hab Blondie down, ich hab Blondie down. Okay, du bist auch down, oder? Ja. Ich sterb vor, Blondie, das heißt, Blondie kriegt mein Smaragde, dann krieg ich Blondies Smaragde, hab zwei also. Immer noch. Nice. Ganz, ganz gut soweit. So. Okay, gut, 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 gut. Perfekt. So. Ich könnte nach wie vor darüber gehen, aber das bringt nichts, wenn die hier Dauer stürmen. Okay, da bist du, hi. Stimmt, hi. Aber jetzt, aber wir kriegen so lang, wir kommen immerhin immer weiter stückchenweise wieder vor, das ist ganz geil. Ich versuch jetzt mal in die Mitte zu gehen. Ich hab natürlich gar nichts. Ja, egal, dann rüste dich aus, hol dir, hol dir Rüstung und sowas und rüste dich mal einigermaßen aus. Kann ich auch das Gold verwenden, irgendwie? Ja klar, wenn du Gold hast. Ja, in der Kiste ist doch noch 10 Gold, oder hast du das schon wieder? Ich weiß nicht, ob das noch drin ist, ich hab auf jeden Fall 31, ich hab 31 Gold, Blondie kommt, ich hab 31 Gold. Komm, komm sofort, irgendwie. Ja, Blondie ist jetzt schon fast drüben bei dir, hat ordentlich Fallschaden gehabt bekommen. Ja, ich seh's, ich seh's. Nein, die ist drüben, die ist drüben, aber ich kann nicht mehr sprinten, ich kann nicht mehr sprinten, ich muss mich selbst morden, selbst morden. Dann mordet ich selbst, ich hab Blondie runter, denke ich. Oh Gott, die hat ein Schwert noch. Alles gut, alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Ich hatte... Sofort das Gold, sofort das Gold safen. So, wir haben 41 Gold, davon können wir doch jetzt echt mal was machen. Ja. So, jetzt erstmal ausrüsten. Also du noch mal kurz Eis ein bisschen abzuwerden. Okay, okay. Achso, ich hatte schon Lederrüstung an, alles klar. So, das hier rein, dann brauche ich erstmal erstmal... Na, oh Gott, Alter. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Bin nur fast runtergefallen. Ist ein bisschen hektisch hier gerade, macht aber mega Spaß. Ich muss sagen... GG an den beiden. So, dann wähle ich mir schon mal eine Waffe, zumindest erstmal. Waffe das zweite Mal hier. Okay, du hast schon eine Brust, dann tue ich... Ja, okay, okay, rüste dich komplett aus. Ich mache zwei Eisenschwerter für uns. So. Dann mache ich zwei Bögen für uns. So. Hab noch 25 Gold. Das heißt, ich mache mir noch einen Stärketrank. Hätte die kommen wieder, Blondie kommt wieder. Ist das Stärketrank, ja? Ohne alles. Okay, und eine Enderpull mache ich mir noch. Und dann haben wir noch 5 Gold übrig, die lege ich mal hier rein. Okay. Blondie kommt vorsichtig, ne? Na ja, hier dein Eisenschwert. Da. Oh, danke schön. Das ist aber... Okay, Blondie, dann komm mal her. Backstick. Die kommen jetzt wieder von oben bestimmt. Nein, meine Maus hat sich abgeschaltet. Scheiße, du musst verteidigen. Nein, ich versuche, ich versuche. Tu alles. Lass sie nicht mich runterkicken. Komm, Maus, 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 Maus. Die Staxik hat doch oben. Wenn sie jetzt runter springt. Oh, Maus, komm schon. Die ist auf dem Dach, die ist auf dem Dach, du Chance. Komm schon, komm schon. Bau mich irgendwie ein. Bau mich ein, dass ich nicht runtergekriegt werden kann. Ich habe keine Blöcke im Inventar. Nein, 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 nein. Ich habe alles drin. Bitte. Ich hatte ein bisschen zurück. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Komm schon. Komm schon, bitte. Ach so. Oh man, meine Maus bewegt sich schon seit Stunden. Aber ich war ja im Dings drin. Okay, ich lebe wieder. Alter. Holy fuck, man. Haben wir noch Eisen irgendwo? Ich weiß nicht. Ich kann auf jeden Fall da drauf kommen, ohne mich hochzubauen. Das geht ja ziemlich gut. Oh, Blondie ist unten, okay. Blondie ist unten. Ich glaube, ich habe sie runtergekriegt. Alles klar. Ja, hast du. Okay, okay, okay. So, jetzt komm mal her. Hier, das ist hier dein Bogen. Bist du verrückt? Mann, diese Maus. Und ich kriege durch die Streams einfach nicht genug Geld zusammen, man. Ich stream doch schon mein ganzes Leben. Teleporter aktiviert? Ja. Perfekt, Mann. Perfekt. Aber wir haben immer noch kein Eisen, ne? Wir haben kein Eisen. Für Pfeiler. Ist hier noch was? Nee, nee. Kannst du was holen? Ja. Bewachst du hier? Bewachst du hier? Ja, ich bewach hier. Ich brauche noch kurz Blöcke. Okay, ich habe welche. Okay, ich versuche jetzt. Okay, da kommt der Typ. Schaffst du? Ja, ne klar. Der hat nichts. Na klar. Der hat nichts. Aber mit Bogen wäre es halt nicer. Könnte ich mir nicht unterschließen, Blondie kommt. Aber ich gehe mal lieber zurück. Weil sonst kriegt die mich doch runter. Okay, hab ihn. Ich habe zwei. Ich würde gerne meinen... Warte, ich habe Enderpearl. Komm, du kriegst das alleine hin. Du kriegst das alleine hin. Ich gehe rüber. Zu denen jetzt oder nie. Jetzt, wo Blondie hier ist. Ja, ja, geh, geh. Geh. So, ich esse was noch schnell. So, jetzt noch Stärke dran. So, ich habe gar nichts. Das heißt, ich müsste... Enderpearl ausrüsten. Die ist jetzt wieder auf dem Dach. Ja, okay. Oh, er kommt rüber. Scheiße, er kommt rüber. Ist nicht so optimal. Wann, was schaffe ich die rüber zu werfen? Ich weiß nicht. War vielleicht zu niedrig. Ja, war viel zu niedrig. Scheiße, Alter. Ich habe schon viel zu lange keine Enderpearls mehr geworfen. Okay, ich bin tot. Hi. Ich habe gerade 45 Millionen Gold verbraten. Hi. Aber ich habe noch drei Smaragde. Alles gut. Und die haben die ja nicht bekommen. Blondie ist immer noch da? Ich weiß nicht. Die war hier. Dann habe ich mir kurz eine Spitzhacke gekauft, was dabei passiert ist. Okay. Kann ich da nicht sagen. Ja, das ist los. Bauen wir weg hier das Ding. Ich komme hier nicht. Ah, okay. Komm, 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 komm. Also, ist sie noch hier? Da ist sie, da ist sie. Ja, da ist sie hinter dem Haus. Hinter dem Haus, okay. Ich gehe von der anderen Seite einfach. Du bist anders da jetzt so ein bisschen. Pass auf, dass du nicht runter. Du hast das Eisenschwert. Hab sie. What the fuck? Hä, sie lebt noch, oder? Sie lebt noch. Da war ein Stein. Da war ein einzelner Stein. Hä? Ja, lassen wir sie da. Die hat keine Blöcke, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht. Die hat sich hochgesteckt. Das heißt, die hat Schwert, die hat Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob die. Ja, aber die braucht ultra lange einfach, um noch abzubauen. Okay, einfach mal zum Eisen. Doch, die steckt sich hoch, die steckt sich hoch. Okay. Vorsichtig. Ja, ist okay. Mach einfach, mach. Ich habe zwölf Eisen. Ich komme wieder zurück. Ich sneak einfach und haue sie jetzt gleich runter, wenn sie hier oben ist. Und tschüss. Und tschüss. So ist es, wie der ist. War ganz. War ganz, ne? Oh Gott, Alter. Diese Runde, ne? Diese Runde. Ja, mach erst mal Pfeile. Ey, weißt du, was ich mir gerade holen kann? Nochmal kryptoniert. Oder ich warte nochmal auf den sechsten. Dann kann ich mir so einen Unendlichkeitsbogen holen, ne? Ja. Ist zwar schon ein bisschen angedamaged, aber ich weiß nicht, was das soll. Aber das ist ein Unendlichkeitsbogen, den man sich halt auch holen kann. Das heißt, ich glaube, ich... Lass mal versuchen, die nochmal einmal herzukriegen. Um zum Töten, ne? Übrigens, der eine war eben beim Smaragd. Der kam da auf mich zugelaufen. Nicht, dass der hier auch irgendwo ist. Ja. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Soll ich mal da hinlaufen? So kurz. Wenn du Smaragd hast, kannst du einfach versuchen, durchzugehen. Naja, ich hab keine Smaragd, aber ich dürfte gleich welche bekommen. Okay. Die Runde geht auch nur noch 3 Minuten 50, dann ist Deathmatch. Oh, okay, dann... Okay, ich hab Smaragd, jetzt soll ich? Äh, ja, 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 genau, geh durch. Fürs Deathmatch, nicht, dass ich dann wieder... Ist egal, ist egal. Jetzt kommt hier gerade wer. Die stürmen ja auch die ganze Zeit. Blondie kommt. Okay, ich bin drüben, ich bin drüben. Okay. Oh, von hinten! Nein, von hinten! Scheiße! Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Soll ich drücken? Nehm, mach den... Weiß ich nicht, mach... Keine Ahnung, mach dein Ding. Versuch das abzubauen. Versuch das Bett von denen abzubauen. Das sind beide gerade hier. Ich bin mein Bestes. Komm schon, komm schon, komm schon. Der muss ewig sitzen. Okay, Blondie ist down. Blondie ist down. Das heißt, du bist nicht mehr alleine. Okay, der andere muss da ewig abbauen. Ich hab Spitzag, ich hab Eisenstädter. Das sollte schon irgendwie funktionieren. Okay, lass dich nur nicht runterhauen. Nein. So, komm, 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 komm. Ich weiß nicht, ob er den Kryptonitenscheiß schon abgebaut hat. So, ich kann jetzt auf ihn raufgehen so ein bisschen. Komm schon, Blondie, du musst einmal kurz sterben. Ah, verdammt. Ich weiß... Nein, bitte schubst mich nicht runter, ich seh's dir nicht. Da, Alter, komm schon. Okay. Ich weiß gar nicht, die spawnen... Die ist immer unsichtbar, ich bin tot. Okay, 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 aber den haben wir hier auch gleich unter Kontrolle. Okay. Einfach raufgehen hier, immer zu auf ihn. Ja, der... Alter, der fragt, das ist... Ich hab ihn... Ich hab ihn unten, ich hab ihn unten. Ja, okay, nice. Wir müssen uns jetzt ganz schnell ausrüsten, ganz schnell. Ja, 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 haben wir nicht noch was in der Truhe? Wir haben noch in der Truhe genug für den Bogen und genug Ausrüstung. Warte, ich leg dir hier ein bisschen Zeug hin. Hier, komm. Okay. So, im Deathmatch sieht's nämlich so aus, dass man dann mit dem Zeug, mit dem man gerade aktuell ist, startet. Ich glaub, Hunger und Leben und so weiter ist auch alles ganz normal, so wie immer. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir fürs Deathmatch ausgerüstet sind. Ich hab auf jeden Fall schon mal hier noch kurz die Leder. Ja, okay. Ich hol mir einen Bogen noch. So, schön, dass ich alles an Eisen verbraten hab gerade. So, zwei Gold liegt hier noch drin. Kann sein, dass die sich jetzt auch mehr ausrüsten. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Kann sein. Ich hab auch... Du bist nur schlechtesten Bogen und schlechteste Rüstung, ne? Also. Ah, du hast auch einen Bogen? Ne, äh, Bogen nicht. Ich meine Schwert. Sorry. Ja, okay. Ja, aber es ist besser als nichts, ne? So, ich hab 13... Ich kann dir sonst... Du kannst dir sonst das bessere Schwert noch holen, wenn du willst. Das Beste. Ja. Wäre, glaub ich, nützlicher. So, okay, mach mal. Vom Rest hol ich mir jetzt erstmal Pfeile. So, alles klar. Okay. Hab ich 40. Ich glaub aber, die würden sich auch ausrüsten. Wir sollten also schnellstmöglich irgendwie in die Mitte kommen. Ja. Suchst du oder... Ich komm, ich komm... Ne, ich weiß nicht. Ich bewach mal hinten. Ja. Nicht, dass die plötzlich... Ich weiß es nicht, ob die noch Smaragde haben. Kann natürlich sein. Ich hab noch drei Smaragde. Okay. Kann man sich damit irgendwas Gutes... Ähm, du kannst halt drüber gehen. Goldapfel. Ich kann einen Goldapfel. Soll ich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab 23 Gold. Okay. Ich komm zurück damit. Ich denk mal, wir bereiten uns jetzt eher auf Deathmatch auf vorne. In einer Minute schaffen wir das... Ich seh zwei Namen, glaub ich, bei dir. Ja, ja. Einer ist da. Okay. Scheiße. Kriegst du den? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der hat auf jeden Fall nur schlechte Sachen. Ja, ich hab ihn von hinten angeschlichen. Okay, ganz nice. Ganz knapp. Ich brauch Blöcke, ich komm hier nicht raus. Ähm, wöhm, wöhm, wo bist du? Hier. Hi. Komm. Komm. Danke schön. Okay. Ähm, dann hier für dich, für dich, für dich, für dich, hier. Danke. So, ähm, als nächstes dann, ähm, nehmen wir dann mal noch hier den und das. Dann guck mal hier, hab ich noch das hier für dich. So und, äh, so. Danke, 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 danke. Okay, wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Nimm dir auf jeden Fall Essen mit, ne? Essen hab ich, aber noch ein bisschen mehr. Ja, ich würd auch noch ganz gerne ein bisschen mehr haben. Wirklich sind zwar eigentlich nutzlos, aber... So, ich hab noch 10 Gold, 10 Gold Stärketrank jetzt noch rein. Das ist natürlich OP dann. Und ich kann noch einen Trank der Blendung, könnte ich noch benutzen, okay. Ich hab noch 3 Gold, hast du noch Gold? Hier sind noch 2. Okay. Was bringt uns das? Bringt uns das irgendwas? 5 Gold? Können wir davon irgendwas machen? 10 Sekunden noch. Kann man irgendwas für Gold machen? Ähm, 3. Wir könnten jetzt einen Trank der Blendung... Ja, ich, ich nehm einen Trank der Blendung noch. Okay. Okay, okay, alles klar. Okay, es geht los jetzt, es geht los. So, ähm, Stärketrank schlucken. Okay. Huf. So, okay, komm, zusammen rauf. Okay, ich versuch den Trank der Blendung auf einen von denen zu werfen, auf den hier auf den tolleren. Okay. Bist du mal von da, ich versuch den zum Rissen. Ja, okay, pass auf, genauer. Alter, der gibt richtig gute Hits. So, ich weiß nicht, bist du geblendet? Nein. Der hat mich. Ich hab ihn. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Okay, das heißt gegen Blondie das finale Match hier. Wo ist Blondie? Ist Blondie ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Ich spoiler mal lieber nicht. Nee, nee, mach mal nicht. Weil die Arena ist echt ganz schön groß. Ja. War das vielleicht auch ganz gut so. Kann man sich eigentlich rausbauen? Ich weiß es gar nicht. Eine gute Frage. Wie das so aussieht. Aber ich denke nicht, ich denke nicht. Ich weiß es nicht. So, ich hab den Stärketrank Intus. Damit sollte ich sie eigentlich bekommen. Wenn ich wüsste, wo sie wäre. Da, ich sehe ihren Namen. Okay. Ja. Die bewegt sich halt gar nicht. Ist die Afka? Ja, ich weiß es nicht. Ja, super. Danke, Blondie, für dieses spannende Finale. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und, äh. Gut. Das war aber eine sehr, sehr spannende Runde, fand ich. Die war, wir waren... Die war mega. Die war... Wir waren eigentlich nie bei der gegnerischen Base, oder? Aber... Aber die haben so mega Druck gemacht. Aber ihr seht, dass man das Ganze dann trotz allem hier gewinnen kann. Wenn man halt einfach nur gut verteidigt. Wir kamen halt nicht wirklich raus. Beziehungsweise einmal hab ich halt die Enderpearl verworfen. Da hätte ich das Ding auch schon reißen können, wenn ich die richtig verworfen hätte. Ja, ja, doch. Enderpearl, Stärketrank, Bogen, Eisenschwert. Bin ich doch rüber und hab die Folge gegen die Wand gesprasht. Okay. Egal, die Folge geht lang genug. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und noch ein bisschen Spaß gemacht. Und, denn das ist, ähm, Bad Wars Duel. So wie man es kennt. Mit den... Wir haben alles gezeigt eigentlich. Wir haben hier diesen Fortuny-Blog da benutzt. Wir haben die, äh... Wir haben noch keine CDA und so. Das kommt vielleicht in der nächsten Folge. Genau, das kommt vielleicht in der nächsten Folge. Von daher, wenn ihr eine nächste Folge sehen wollt, lasst ein Däumchen nach oben da. Ähm, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut auch bei Tavon vorbei. Da gab's auch eine Runde mit uns beiden. Bis dann. Tschüss. 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 Ha 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 ha.